Hast du schon mal drüber nachgedacht, wie Streaming-Giganten wie Netflix es schaffen, dir genau zur richtigen Zeit den nächsten Filmvorschlag zu präsentieren? Oder wie es Online-Games gelingt, dass du in Echtzeit mit Spielern auf der ganzen Welt interagierst? Klar, das hört sich leichter an, aber es ist nicht einfach. Denn das große Problem ist ja im Hintergrund eine riesige Datenflut. Du bist ja nicht der Einzige, sondern Millionen anderer Menschen machen genau dasselbe. Und das muss alles gemanagt werden, damit du deine Lieblingsserien in 4K genießen kannst. Oder um in deinem Lieblings-MMORPG den Bosskampf überhaupt gewinnen zu können. Und dazu gibt es eine ganze Reihe von Tools und Technologien, die solche Echtzeit-Datenverarbeitung möglich machen. Aber es ist wie ein Dschungel. Es gibt so viele Möglichkeiten und jedes Tool hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Und genau darum geht's heute. Wir wollen diesem Rätsel ein bisschen auf den Grund gehen und herausfinden, welche Technologien wo gut sind, um diese Datenflut überhaupt zu steuern. Achtung allerdings, wir tauchen heute nur ein bisschen ein in den Technologie-Ozean. Warum? Weil das einfach zu viel wäre, wenn wir alle behandeln würden. Stattdessen haben wir eben drei Hauptakteure ausgewählt. Kafka, WebSockets und MQTT. In den nächsten Minuten werden wir also diese drei Technologien ein bisschen entschlüsseln und anhand realer Anwendungsbeispiele von echten Firmen beleuchten. Bevor wir starten allerdings, dieses Video kommt wegen einer Rückfrage von euch auf der Job.io. Ich habe dort schon einen Vortrag zu Echtzeit-Technologien gehalten, mit einem bisschen anderen Fokus. Ihr habt mich dort nach Alternativen zu Kafka gefragt und wir schauen da heute mal ein bisschen rein. Vielen Dank an GetNIT wieder für dieses tolle Event und für die Chance, euch mein Wissen weiterzugeben. Auf der Messe haben übrigens zig Firmen Vorträge gehalten. Nicht nur ich, sich mit euch unterhalten und ihr konntet sogar euren CV durchchecken lassen. Sagt mir und GetNIT da gerne mal Bescheid, wie ihr die Messe fandet und was euch gefehlt hat, beziehungsweise was euch besonders gefallen hat. Wir sind sehr gespannt, denn die nächste Job.io ist ja bekanntlich nicht weit und ich freue mich schon drauf, da hoffentlich auch wieder dabei zu sein. Solange schaut definitiv bei GetNIT vorbei. Die bieten ja auch über ihre Webseite eine absolut intuitive Jobvermittlung an. Link ist selbstverständlich in der Beschreibung. Also bevor wir anfangen, hier nochmal kurz das Disclaimer. Wir reden nicht über Franz Kafka, den altdeutschen Autor, dessen Bücher ihr wahrscheinlich in der Schule gelesen habt und, sagen wir mal, geliebt habt. Nein, wir sprechen heute über Apache Kafka, eine weit verbreitete Technologie und eine sehr beliebte Technologie, die auch noch Open Source ist und die uns hilft, Daten in Echtzeit zu verarbeiten. Und im Gegensatz zu Franz Werken ist Kafka etwas, das ihr wahrscheinlich wirklich lieben werdet, wenn ihr sie erstmal kennenlernt. Aber warum sprechen wir nur über diese drei Technologien, also Kafka, Websockets und MQTT? Naja, das liegt daran, dass wir uns hier auf die Schlüsselspieler konzentrieren wollen. Nicht, dass die anderen Technologien nicht großartig wären, aber wir haben nur ungefähr 20 Minuten Zeit. Und in dieser kurzen Zeit wollen wir dir den maximalen Mehrwert bieten. Außerdem sind diese drei Technologien sehr unterschiedlich in ihrem Ansatz zur Datenverarbeitung, was es mir ermöglicht, ein möglichst breites Spektrum abzudecken. Von eben massiven, datenintensiven Anwendungen über Echtzeitinteraktionen bis hin zu leichteren und effizienteren Lösungen für Internet-der-Dinge-Szenarien. Diese drei Technologien decken das alles ab. Kurz gesagt, wir werden drei spannende Rätsel lösen. Wie kann Kafka Netflix dabei helfen, dein Benutzererlebnis zu verbessern? Wie ermöglichen Websockets Echtzeitinteraktionen in Online-Games? Und wie trägt MQTT zur Verbesserung der Effizienz und Reaktionsfähigkeit von deinen Smart Home Anwendungen bei? Klingt interessant? Ich hoffe es doch. Denn jetzt starten wir mit Apache Kafka. Und ich verspreche dir, das wird keine Verwandlung wie bei Franz. Okay, lassen wir also den altdeutschen Autor hinter uns und wenden uns Apache Kafka zu. Es geht um eine Hochleistungsechtzeitdatenverarbeitungsplattform. Kafka ist wie ein Marathonläufer, der unermüdlich läuft und eine riesige Menge an Daten verarbeiten kann, ohne ins Schwitzen zu kommen. Und genau das macht Kafka zur idealen Wahl für Unternehmen wie Netflix. Stell es dir so vor. Du schaust gerade die letzte Episode deiner Lieblingsserie und gleich sollen dir natürlich passende Vorschläge für das, was du speziell als nächstes schauen könntest, präsentiert werden. Alles natürlich reibungslos und ohne Verzögerung. Das ist Kafka in Aktion. So, Apache Kafka ist im Grunde ein verteiltes Streaming-System, das als Zwischenlager für Echtzeitdaten dient. Stell es dir so vor. Das Ganze ist eine Autobahn mit mehreren Fahrspuren, auf der Daten hin und her fließen. In Kafka gibt es sogenannte Produzenten, die Daten generieren und auf diese Autobahn schicken. Dann haben wir die Verbraucher, die die Daten von der Autobahn abholen und sie verarbeiten oder speichern. Aber der wirkliche Clou bei Kafka ist seine Fähigkeit, Daten in Topics zu organisieren. Das kannst du dir als eine Art Ordnersystem vorstellen, in dem ähnliche Daten eben zusammengefasst werden. Jedes Topic kann dann in mehrere Partitions unterteilt werden, um die Datenverarbeitung zu beschleunigen und die Belastbarkeit dadurch zu erhöhen. Es ist also, als hätte man mehrere Fahrspuren auf der Autobahn und natürlich auch mehrere Richtungen, sodass eben der Datenverkehr reibungslos fließen kann. Eines der wirklich coolen Dinge an Kafka ist, dass es Daten für eine gewisse Zeit speichert, selbst nachdem sie verbraucht wurden. Das bedeutet, dass du jederzeit zurückgehen und Daten erneut abrufen kannst, falls du sie brauchst. Es ist also ein bisschen so, als würdest du deine Lieblingsserie auf Netflix aufnehmen, um sie später erneut anzuschauen. Und jetzt, da wir ein grundlegendes Verständnis davon haben, wie Kafka funktioniert, können wir leichter verstehen, warum es so eine mächtige Technologie für solche Echtzeit-Datenverarbeitungssysteme ist. In Bezug auf unsere Bewertungskriterien schneidet Kafka besonders gut ab, wenn es natürlich um Leistung und Skalierbarkeit geht. Mit seiner Fähigkeit, riesige Datenströme nahezu in Echtzeit zu verarbeiten, ist es also ziemlich mächtig. Aber was ist mit Benutzerfreundlichkeit? Nun, Kafka kann ein bisschen anspruchsvoll sein. Es braucht Zeit und Expertise, um es richtig einzurichten und natürlich auch zu optimieren. Aber sobald es läuft, oh Leute, dann läuft es richtig. Und wie steht es eigentlich um Zuverlässigkeit und Anpassbarkeit? Naja, Kafka ist wie ein gut trainierter Boxer von mir aus. Es kann ein paar Schläge einstecken und trotzdem weitermachen. Außerdem ist es flexibel genug, um sich an verschiedene Datenformate und Nutzungsszenarien anpassen zu lassen. Aber das müsst ihr eben alles selber tun. Kurz gesagt, wenn du eine Anwendung hast, die eine massive Datenverarbeitung erfordert, wie zum Beispiel Streaming-Plattformen, Echtzeitanalyse oder Datenerfassung in großem Maßstab, dann könnte Kafka dein neuer bester Freund sein. Aber denk dran, jede Medaille hat zwei Seiten und so ist Kafka zwar ein mächtiges Werkzeug, braucht aber auch Know-how und Ressourcen, um es effektiv einzusetzen. Okay, genug von Kafka. Als nächstes wechseln wir in die Welt der Online-Games. Bereit für den Sprung? Also, lasst uns über Websockets reden. Und nein, das sind keine Socken, die du im Internet kaufen kannst. Websockets sind eine mächtige Technologie, die es dir ermöglichen, dass wir in Echtzeit mit beispielsweise anderen Spielern auf der ganzen Welt interagieren können und damit möglichst keinen Ping aus der tiefsten Hölle erleben. Genau das, was wir eben brauchen, wenn wir zum Beispiel in verschiedenen Zeitzonen leben, aber trotzdem gemeinsam irgendeinen geilen Boss legen wollen in unserem Lieblingsspiel. Also, was macht Websockets so besonders? Nun, sie bieten eine ständige, offene Verbindung zwischen deinem Gerät und dem Server. Und das bedeutet, dass Informationen eben blitzschnell hin und her geschickt werden können. Das ist ideal für Situationen, in denen die Reaktionszeit der Schlüssel zum Sieg ist oder in unserem Fall das Überleben deines Characters bestimmt. Es ist immer gut, die Technik hinter den Wundern zu verstehen, oder? Deswegen hier ein kleiner technischer Exkurs. Websockets arbeiten auf dem Anwendungslayer des Netzwerkstacks. Das bedeutet, dass sie auf einer TCP-Verbindung aufbauen. Im Gegensatz zu HTTP, das eine Anforderungsantwort-Kommunikation ist, bieten Websockets eine vollduplexe Kommunikation. Ja, das klingt wie eine Art Aliensprache, aber im Grunde bedeutet das, dass sowohl der Client, also ihr, im Online-Game, als auch der Server Daten gleichzeitig senden und empfangen können. Die Magie von Websockets beginnt eigentlich mit einem Handshake. Und nein, sie schütteln sich natürlich nicht buchstäblich die Hände, sie tauschen Informationen aus, um eine Verbindung herzustellen. Dieser Handshake wird auf dem HTTP-Protokoll durchgeführt und wenn der erfolgreich war, dann wird die Verbindung zu einem Websocket-Protokoll aufgewertet. Das heißt, eine bidirektionale Kommunikation wird eingerichtet. Und das bedeutet, wie gesagt, dass der Client und der Server jetzt gleichzeitig senden und empfangen können, ohne auf eine Anforderung zu warten. Aber wie funktioniert das genau? Nun ja, jeder Datenaustausch über Websockets wird in Frames aufgeteilt, die jeweils aus einem Header und einem Payload, also den eigentlichen Daten, bestehen. Der Header enthält Informationen darüber, wie der Payload interpretiert werden soll, zum Beispiel dessen Länge und Typ. Jetzt könnte man denken, dass diese ständige, offene Verbindung eine Menge Netzwerkressourcen frisst, oder? Aber tatsächlich ist das einer der großen Vorteile von Websockets. Da sie eben auf einer bestehenden TCP-Verbindung aufbauen und es keine ständige Notwendigkeit für neue HTTP-Anfragen und Antworten gibt, sind sie wirklich sehr effizient. Zudem, durch die Art der Kommunikation, die eben, wie gesagt, voll duplex ist, wird die Latenzzeit, also euer Ping, minimiert. Das bedeutet, dass es nur minimale Verzögerungen zwischen dem Senden einer Anforderung und dem Empfang einer Antwort gibt. Und das ist genau das, was du brauchst, wenn du mit deinen Freunden auf der anderen Seite der Welt in Echtzeit zocken möchtest. Okay, wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Eines der bekanntesten Beispiele ist wohl Online-Gaming. Games wie Fortnite oder PUBG nutzen Websockets, um Echtzeitinteraktionen zwischen den Spielern zu ermöglichen. Jeder Schuss, jeder Sprung, jede Bewegung wird sofort an den Server und die anderen Spieler übermittelt, was ein möglichst nahtloses Spielerlebnis ermöglicht. Und wenn sie was deutlich Langsames nutzen, dann heißt das Ding einfach crappy Server-Code. Jetzt kommen wir zu der Frage aller Fragen. Wie schneiden eigentlich Websockets in unseren Bewertungskriterien ab? Hinsichtlich Leistung und Skalierbarkeit sind Websockets solide, aber nicht unbedingt das Beste für große Datenmengen, eher für schnelle Daten. In Sachen Benutzerfreundlichkeit punkten sie, denn sie sind eigentlich relativ einfach zu implementieren und zu nutzen. Wenn es um Zuverlässigkeit geht, dann ist diese Wahl großartig für stabile Netzwerkverbindungen. Aber in instabilen Netzwerken wird es Schwierigkeiten geben. Wenn ihr also irgendwie Lags habt, dann liegt das häufig daran, dass ihr Packet-Loss habt. Das ist der Tod für euch, dass ihr Pakete verliert. Anpassungsfähigkeit sehr vielseitig und in einer Vielzahl von Anwendungsfällen relativ leicht integrierbar. Also, sind Websockets das Richtige für dich? Naja, wenn du wirklich Echtzeitinteraktionen benötigst, bei denen jede Millisekunde zählt, dann könnte das das sein, was du suchst. Aber wenn du eher mit riesigen Datenmengen umgehen willst, dann könnte eine andere Technologie besser für dich geeignet sein. Aber keine Sorge, wir haben noch eine weitere Technologie in der Pipeline und die schauen wir uns jetzt an. MQTT. Na, haben euch Kafka und Websockets überrascht? Aber bevor ihr in die Kommentare hämmert, dass ihr ein Kafka-Tutorial jetzt andurstet, sobald ich gesund bin natürlich wieder, haltet noch einen kurzen Moment inne, denn wir haben noch einen weiteren Player im Spiel. MQTT, den Leichtgewichtler unserer Gruppe. Ihr denkt jetzt vielleicht, Leichtgewicht, das ist eher nicht so beeindruckend. Das lasse ich mal. Aber haltet lieber die Augen offen, denn dieses Leichtgewicht ist ein wahrer Champion, wenn es darum geht, Dinge schlank und effizient zu halten. MQTT steht gar nicht mal so leichtgewichtig für Message-Cue-Telemetry-Transport. Ja, ich weiß, das ist alles andere als leichtgewichtig, aber im Grunde genommen handelt es sich dabei um ein unglaublich effizientes Protokoll, das speziell für IoT-Anwendungen entwickelt wurde. Und warum ist das wichtig? Naja, denkt nur an die Milliarden von Geräten da draußen. Von Smart Home-Geräten bis hin zu industriellen Sensoren, die ständig Daten senden und empfangen. Für all diese Geräte brauchen wir etwas, das super effizient, zuverlässig bei schlechten Bedingungen und einfach zu implementieren ist. Und genau das bietet MQTT. Aber, ja, lasst uns mal einen Blick auf einen realen Anwendungsfall werfen. Habt ihr euch jemand gefragt, wie eure Smart Home-Geräte wirklich miteinander kommunizieren? Das ist eben MQTT. Es sorgt also im Endeffekt dafür, dass dein Kaffee genau dann fertig ist, wenn du morgens aufwachst und dass deine Lichter genau dann ausgehen, wenn du ins Bett gehst. Klingt ziemlich cool, oder? Ich sehe schon, ihr seid neugierig geworden. Deswegen lasst uns mal die Technologie angucken. MQTT ist ein Pub-Sub, also ein Publish-Subscribe-Protokoll. Das bedeutet, dass es auf einem Nachrichtenaustauschmodell basiert, bei dem es Publisher und Subscriber gibt. Sehr ähnlich eigentlich wie bei Kafka. Die Publisher senden Nachrichten und die Subscriber abonnieren Themen, um die Nachrichten zu erhalten. Eigentlich einfach und effizient, aber das ist noch nicht alles. MQTT ist auch für seine geringen Netzwerkbandbreiten Anforderungen bekannt. Wie macht es das? Naja, MQTT-Nachrichten sind extrem klein. Sie bestehen aus einem minimalen Header und dann dem Payload, also den eigentlichen Daten. Und diese kleinen Nachrichten bedeuten, dass MQTT natürlich extrem schnell ist und wenig Bandbreite braucht. Und dann haben wir noch das Feature, das MQTT wirklich perfekt für IoT macht. Es unterstützt einen Last Will and Testament Mechanismus. Und das bedeutet, dass ein Gerät, bevor es die Verbindung verliert oder ausfällt, eine letzte Nachricht senden kann. Und das kann wirklich nützlich sein, um den Status von Geräten zu überwachen und Probleme schnell zu erkennen. Und schließlich ist MQTT natürlich auch dafür bekannt, dass es sehr einfach zu implementieren und zu nutzen ist. Es gibt nämlich viele Bibliotheken und Tools, die MQTT unterstützen. Und es ist eigentlich leicht, in bestehende Systeme zu integrieren. Aber wie schlägt sich MQTT in unseren Bewertungskriterien? In diesem Kapitel werden wir also Kafka, Websockets und MQTT in verschiedensten Kategorien gegenüberstellen und ihnen Sterne vergeben. Fangen wir also an mit der Leistung. Ich möchte hier nochmal kurz unterteilen in Durchsatz und Geschwindigkeit. Der Durchsatz bezieht sich auf die Menge an Daten, die diese Systeme effektiv verarbeiten können. Die Geschwindigkeit bezieht sich auf die Zeit, die benötigt wird, um die Daten vom Sender zum Empfänger zu übertragen. MQTT wurde für Szenarien mit niedriger Bandbreite, hoher Latenz oder unzuverlässigen Netzwerken entwickelt. Daher ist der Durchsatz von MQTT im Vergleich zu Kafka oder Websockets generell niedriger. Dennoch ist es sehr effizient bei der Übertragung kleiner Mengen an Daten, wie sie häufig in IoT-Szenarien vorkommen. Kafka wurde speziell für die Verarbeitung von Hochdurchsatz-Streams von Ereignissen in Echtzeit entwickelt. Es bietet also hohe Datenraten und kann Millionen von Nachrichten pro Sekunde verarbeiten, wodurch es sich hervorragend für Anwendungen eignet, die eine sehr hohe Leistung brauchen. Websockets auf der anderen Seite bieten einen ordentlichen Durchsatz, der in der Regel höher ist als bei MQTT, aber natürlich nicht so hoch wie bei Kafka. Websockets sind allerdings besser fürs Nachrichten geeignet, die eine ständige, birektionale Verbindung zwischen Client und Server erfordern. In dieser Kategorie ist also Kafka der klare Gewinner, mit seiner Fähigkeit riesige Datenmengen nahezu in Echtzeit zu verarbeiten und deswegen kriegt er fünf Sterne von mir. Websockets schneiden in der Kategorie solide ab und bekommen drei Sterne, während MQTT aufgrund seines Fokuses auf eher Leichtgewicht und Energieeffizienz mit zwei Sternen eigentlich auch noch ganz gut abschneidet. Bei der Geschwindigkeit sieht es aber ein bisschen anders aus. Wie gesagt, MQTT ist eher leicht, aber dafür auch sehr schnell und ideal für Szenarien, in denen schnelle Übertragung von Daten sehr wichtig ist. Aber die Datenmenge muss dabei relativ gering sein. Die Geschwindigkeit von Kafka hängt hingegen stark von der Konfiguration und den speziellen Anforderungen bei euch in der Anwendung ab. In Szenarien, in denen Kafka gut oder optimal konfiguriert ist, kann es Nachrichten mit ziemlich oder sehr hoher Geschwindigkeit liefern. Es kann aber zusätzliche Komplexität und natürlich auch Ressourcen dafür brauchen. Die Geschwindigkeit von Websockets kann mit MQTT locker mithalten, hängt aber natürlich auch stark ab von den spezifischen Netzwerkverbindungen und natürlich der Serverleistung. In Szenarien konstanten Datenverkehr zwischen Client und Server können Websockets aber natürlich eine sehr hohe Geschwindigkeit bieten. Ich würde daher MQTT und Websockets fünf Sterne geben und Kafka vier Sterne. Auch die vier Sterne sind aber immer noch eine fucking Rakete, okay? In der Kategorie Benutzerfreundlichkeit ist tatsächlich MQTT der Gewinner. Es ist relativ einfach zu verstehen, würde ich sagen, und zu implementieren, was ihm hier vier Sterne einbringt. Websockets sind eigentlich auch recht benutzerfreundlich und bekommen von mir drei Sterne, während Kafka mit seiner doch recht komplexen Einrichtung und Pflege, die es braucht, nur zwei Sterne bekommt. Die Zuverlässigkeit ist bei allen drei Technologien hoch, mit Kafka und MQTT, die vier Sterne für ihre robusten Natur- und Fehlertoleranz erhalten. Allerdings, Websockets kriegen ich von mir nur drei Sterne, da sie zwar gut funktionieren, aber bei instabilen Netzwerken kann es Schwierigkeiten geben. In Sachen Anpassungsfähigkeit stehen alle drei Technologien wirklich gut da. Kafka mit seiner Fähigkeit, sich an verschiedene Datenformate oder Nutzungsszenarien anzupassen und MQTT, das sich leicht in eine Vielzahl von IoT-Szenarien integrieren lässt, kriegen beide mal vier Sterne von mir. Websockets bekommen drei Sterne. Jetzt, da wir alle Sterne verteilt haben, lasst uns einen Schritt zurücktreten und das Gesamtbild betrachten. Ja, jede dieser Technologien hat ihre Stärken und Schwächen und keine davon ist ein One-Size-Fits-All. Es hängt also alles immer davon ab, was du brauchst für deinen Anwendungsfall. Kafka ist super für Business-Umgebung, wo richtig große Datenmengen in Echtzeit verarbeitet werden müssen. Websockets ist eine hervorragende Wahl für Gaming-Anwendungen, wo Echtzeitinteraktionen oder minimale Verzögerungen entscheidend sind. MQTT hingegen ist optimal für IoT, wo Leichtgewichtigkeit und Energieeffizienz natürlich sehr, sehr stark im Vordergrund stehen, aber auch eine instabile Verbindung irgendwie angepasst und genutzt werden muss. Aber egal, welche Technologie du wählst, eins ist sicher, alle davon sind mächtige Werkzeuge, die uns helfen, die ständig wachsende Flut, vor allem von Daten, zu bewältigen und Echtzeitkommunikation trotzdem zu ermöglichen. Und das, meine Freunde, finde ich wirklich beeindruckend. Und ja, das war es eigentlich auch schon mit unserem Vergleichskapitel. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen und geholfen natürlich, einen besten Überblick über diese drei Technologien zu bekommen und warum sie in ihren jeweiligen Bereichen so gut sind. Was denkst du? Welche Technologie brauchst du für dein nächstes Projekt? Und wozu sollte ich unbedingt mal Tutorials machen? Bis zum nächsten Mal. Ciao.